Diese Roboter-unterstützten Operationen sind natürlich meines Erachtens hervorragend. Sie können noch intensiver, noch konkreter an die Sache herangehen und ich glaube, dass es den Operateur noch mehr unterstützt wie davor. Das Zentrum ist natürlich hervorragend, es hat einen hervorragenden Namen mittlerweile, nicht nur hier im Mittelfranken, sondern in ganz Deutschland. Nachdem ich Herrn Dr. Bender persönlich sehr gut kenne und mich schon ein-, zweimal unter dem Messer gehabt hat und mir auch mein Knie vor zehn Jahren operiert hat und ich mit dem Knie hervorragend zurechtkomme. Ich fahre ja im Jahr 5-6.000 Kilometer mit dem Fahrrad und ich kann es nur betonen, es weiter zu empfehlen.